In diesem Film lernen Sie, wie Sie ausufernden Text wieder in seine Schranken weisen. Im Normalfall ist Textumbruch für Formen voreingestellt und Sie brauchen sich um nichts zu kümmern. Was aber tun, wenn es einmal nicht klappt? Klicken Sie die Form mit der rechten Maustaste an, wählen Sie Form formatieren und setzen in der Kategorie Textfeld das Häkchen vor Text in Form umbrechen. Beenden Sie die Aktion mit einem Klick auf Schließen. Denken Sie immer an das Prinzip des tapferen Schneiderleins, 7 auf einen Streich. Markieren Sie alle Formen, für die Sie einen Textumbruch festlegen möchten und klicken Sie eine davon mit der rechten Maustaste an. Freuen Sie sich über die Kreativität der Softwareentwickler, weil mehr als eine Form markiert ist, müssen Sie jetzt auf Objekt formatieren statt Form formatieren klicken. Sei es drum. Klicken Sie und setzen Sie in der Kategorie Textfeld wieder das Häkchen für den Umbruch. Vereinfacht Vereinfacht Vist Vielen Dank.